Hallo, ich bin jetzt in Sanaru, oder ich gehe jetzt zu dem Wasserfall, also die Gäste sind ja vorgegangen mit dem Jati, mit dem Guide, ja, und ich gehe jetzt nachts und wir werden heute die zwei Wasserfälle hier besuchen. Wir sind jetzt hier in dem Regenwald von Sanaru, am Anfang des Rounding Journey. Also, ja, wir sind jetzt im Angesamt Tageswart, also Wanderung durch den Regenwald und wir wandern durch den, also durch Reisfelder und Regenwald. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute.